Kumi! Kumi! Wo steckst du? Da stimmt etwas nicht. So seltsam wie sie sich in letzter Zeit benimmt. Kumi! Ich bin dein Bruder. Mir kannst du alles erzählen. Ich sehe Dinge, die andere nicht sehen können. Das hier ist ihre Lieblingspuppe. Sie hat sie zum achten Geburtstag bekommen. Sie giert nach dem Blut deiner Mutter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Hast du dich all die Jahre mal gefragt, wie ich mich fühle? Jedes Mal, wenn ich sie ansehe, sehe ich diesen verdammten Bastard. Das reicht jetzt! Hör auf und zu quälen! Ich hätte sie nicht auf diese Welt bringen dürfen. Du kannst dich die Welt λέnen. Wir wollen die Welt verlassen. Du kannst dich auf diese Welt fahren. Du kannst dich aus wie sie ein Leben恐 건데ach. Du kannst dich auf diese Weise weghaben.